Ghost Watchers, ja, da würde ich mal reinschauen. Da hatte Shorty gestern schon mal was von erzählt. Ich finde ja hier Ghost Hunter eigentlich, oder wie das heißt, gar nicht so schlecht. Das ist ein bisschen wie Widget. Das ist auch relativ neu. Das ist, glaube ich, 4 gegen 4. Und dann kommt ja dieses Jahr auch noch Ghostbusters, das so ähnlich ist, wie Passmog. Ja, Markierung brauche ich ja jetzt nicht. Ich fall jedes Mal hierunter, ey. Jäger Kacko fähig. Tja, als Jäger bin ich doch ein bisschen besser. Ja, das ist ein bisschen besser. Äh, ich steh grad auf nem Schlauchbex, was, was meinst du mit, was wurde aus für so Spiel, da wäre nice. Äh, äh, hab ich grad was überlesen. Hex, hex, hol' her, hab ich grad was, hab ich grad … Mao ist tot, der chinesische Präsident, äh, ne, Diktator, wie auch immer. Ach, shit. Komm, mach es. Mach es. Lass mich zurück, knall das Monster ab. Ja, scheiße, scheiße, scheiße. Und, down. Jawohl. Hey, Shorty. Mini-Golf-Meisterin des Cheatens. Wieder heimlich Bleigewichte unten ans Metall gemacht. Was ist mit OnlyFans, Specs? Ich glaub, du redest wirsch. Hier, Vogel. Fass. Ach, nee, der Vogel, der sucht den, äh, glaub ich, nur. Was bist du denn für ein Vogel? Komm mal runter. Okay. Oh, 60 Schaden. Ist auch geil. Komm, 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 na, wein. Nope. Der mag nicht, dass ich wieder belebe. Rot, ich glaub, das ist keine Waffe. Keine Ahnung, was die, äh, Secondary macht. Scheiße. Ja, genau. OF mach ich. Okay. Steck mir einfach das Mikrofon in die Schnauze und mach so ein paar Grundgeräusche. Vielleicht krieg ich dabei ein paar Klicks mehr. Schluck ich das Mikrofon runter, dann wisst ihr, wie der Magen sich von innen anhört. Den Stream nenn ich dann Inside Shark. Very deep shit. Ja, oder, oder das. Oder Salty. Oh, oh. Moin. Ja, gutes Timing zum Unterfallen. Genau. In den Mund. Das Mikrofon. Das wird problematisch. Ist ein bisschen dick. Fick dich. Nein. stitches. Wir holen. Ja. Ja, das wird gut an. Strang sind schade. Ja. 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 Ja, das könnte noch hinhauen. Ich habe das Gefühl, die machen überhaupt keinen Damage, die anderen. Zumindest die Waffen, die die haben, nicht? Ja doch, geschafft, geil. 1 zu 1. So, bereit, muss man auch drüben. Was macht ihr heute noch, schönes Shorty und Crystal? Einfach nur rumgammeln oder irgendwas geplant? Ja. 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 Ja, ich dachte schon, jetzt kommt der Fett da auch noch. Ich glaube, die Runde verkacken wir jetzt. Ja. Jetzt ist immer noch der Medic da, glaube ich. Ach ne, doch, der Tank ist auch noch. Stirb! Nee, das schaffen wir nicht. Ja. Roadtrip nach Frankfurt. Wo ich hab's, was zur Arbeit, oder was? Hast den Job gewechselt? War Frankfurt ist ja jetzt nicht so weit von euch, glaube ich. So, wenn, von hier, von hier sind es, glaube ich, drei Stunden. Das ist schon ein bisschen weiter. Bin da öfters mal mit dem Zug dann gefahren. Und da aus. Ah, Fortbildung zur Fachwirtin, äh, in Erziehungswesen. Das hört sich doch gut an. Ja. Wie viel kostet so ein Ding? Per Widerbeleber. Wir sind nicht zu verkaufen. Oh. Hey, hast du mal überlegt, Kopfgeldaufträge zu machen? Vielleicht nach diesem Job? Ich? Nein. Nein, 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 nein. Zu Not kann man das auch mit dem Pfleger regeln. Warum? Keine Ahnung. Kommt mir als Kopfgeldjäger nur ziemlich praktisch vor, so ein Handschiff. Hol den später zurück. Aus Tod oder lebendig wird tot. Ja, aber auf jeden Fall cool. Da wünsche ich dir viel Erfolg schonmal. Du bist, ähm, bis es los geht. Genau aus diesem Grund. Ja, ich bin ja jetzt in meinem neuen Job auch von der Maschine weg und bin bei der Qualitätssicherung. Genau. Ah, das war die Pflanze. Wo ist die Kuppel? Das kommt davon, wenn man irgendwie einen Chat liest und nicht aufs Spiel achtet. Natürlich. Oh, diese Pflanzen. Das ist noch so. Das ist noch mal ein paar Mal. Trick was. Ist auch geil, dass ich da einen Schreibfehler drin habe. Ja, ich trick gleich was. Ja, ja, ich wollte eigentlich trinken schreiben. Das hat bis jetzt noch nie einer benutzt, deswegen ist mir das nicht aufgefallen. Danke. Ja, ich zeig mir einen Trick. Warte, ich mach einen Olli auf dem Skateboard. Dann Kickflip. Ja, unter anderem Knochen abgebrochen. Nein, nicht runterfallen. Scheiße. Scheiße. Ja, dann trinke ich mal eben was. Prost. Mit dem Energy. Der ist ganz schön warm geworden. Dass er neben dem PC steht und die ganze Zeit beheizt wird. Ich mach jetzt mal ne kurze Klopause, Kaffee drückt und so. Schlechte Idee beim Stream Kaffee zu trinken. Dann mach ich noch ein paar Runden. Ich denke noch ein Stündchen, anderthalb und dann muss ich erst mal Mittag essen oder irgendwas. Ich hab noch keine Ahnung, was ich mache. Vielleicht schmeiß ich auch einfach nochmal den Grill an. Mal schauen. Mal schauen, Mann. Mal schauen.